Jetzt muss ich hier runter, so. Ach, hier bin ich wieder draußen, siehst du? Na also, das ist doch schon mal was. So, wobei, das ist eigentlich zu früh, weil ich muss ja noch... Muss ich tiefer? Nee. Warte mal, ich muss... Ich muss auf diese Höhe hier. Also auf die Höhe von der Wüste da. Von dem anderen Berg da. Welche Höhe sind das? Ich glaube, es ist noch ein bisschen tiefer, ne? Ähm, 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 das könnte knapp werden, naja. Schauen wir mal, so. Da bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen hier. Ach, ich hab ja gar kein Holz mehr. Scheiß. Ich brauche Holz, ganz dringend. Da hinten ist schon wieder... Was ist immer noch? Okay. Also ich brauche jetzt erstmal Holz. So, das ist natürlich blöd, aber ich brauche es. Es tut mir leid, ich kann nicht ohne Holz. Ich kann nicht ohne es. Das Holz, es ist mein... Ich will jetzt nicht den einzigen Baum hier weg... Ach, na komm. So, hau ich den Baum mal weg und pflanze gleich einen neuen. Mein Gott, so. Wenn ich denn Setzlinge kriege... Hallo, Setzlinge. Setzling, Setzling, bitte. Ah, wunderbar, so. Ach, ich hab ja schon zwei. Siehste, so. Pflanze ich mal gleich wieder einen an. Dann kann da wieder ein neuer Baum wachsen. Und wir haben vier Holz, das reicht natürlich niemals. Äh, wir brauchen mehr Bäume. Verdammt. So, da ist wieder so ein Schaf auf dem... Alter, das arme Schaf. Frag mich, wie es da irgendwie runterkommt nochmal. Naja. So. Ach, hier unten ist ein Wald. Ach, was ist das denn hier? So. Dann geh ich mal in den Wald da unten. Und schau mal, ob ich da nicht mal... Nicht ein paar Bäume mitnehmen kann, vielleicht. Hier zum Beispiel den hier. Der sieht doch ganz einladend aus. Nehmen wir den nochmal mit. So. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. So. Haben wir ihn mitgenommen. So. Und dann, ähm... Ja, dann... Den hier. So. Äh, und... Und was ist hier? Ach, keine Höhle, nur wieder ein Loch im Boden. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, die Löcher. Naja. So. Haben wir jetzt erstmal... Das könnte reichen. Ich gucke mal. So. Hier ist ein Schaf. Ich will... Ich will jetzt... Ich hab jetzt wieder Minecraft 200 irgendwas geguckt. Bei Gronkh. Jetzt will ich immer den Schafen auf den Arsch hauen, um deren Wolle zu kriegen. Das geht natürlich nur mit der Schere. Der macht das die ganze Zeit. Das ist echt schlimm. Also jetzt nicht mehr, seit es nicht mehr geht. Aber vorher hat er es immer gemacht. Wenn er Wolle gebraucht hat. Weil die Schafe sind ja... Und die Tiere generell sind früher ja alle random gespawnt. Also irgendwo halt zufällig. Und dann hast du halt, ähm... Ja, nicht mehr die Möglichkeit gehabt, da irgendwie... Ne? So. Jetzt muss ich hier natürlich... So. Ich hoffe, das geht hier irgendwie. Warte mal. Das kann ich ja hier nicht machen. Halt... Hier schwebt das in der Luft. Das kannst du doch nicht machen. So. Jetzt aber. Okay. Moment. Da unten ist ein kleines Pissbecken. Auch nicht schlecht. So. Dann, ähm... Achso. Oh ja. Erstmal diese Reihe hier fertig machen. So. In der Hoffnung, dass es reicht. Bis nach drüben. Auf die andere Seite. Der Mauer. Ne. Ähm. Damals. Ja. Da war alles besser, als die Mauer noch stand. Ja. Zwischen der DDR und der... Und der Kumpel. Ne. Und der Kapitalisten. Ja. Ne. Weiß ich nicht. Ähm. War natürlich nicht alles besser. Ist ja klar. Oh. Ich, äh... Muss hier runtergraben anscheinend. Mich irgendwie. Dann muss ich hier nochmal wegmachen. Halt. Äh. Moment. So. Falle ich ein bisschen. Macht aber nichts. Ein guter Einfall. Hahaha. Hier runterzufallen. Ne. Weiß ich nicht. Ähm. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Warte. So. 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 Und. So. So. Ah. Scheiße. Ist das richtig? Ne. Doch. Ja. Doch. Klar. So. So. Halt. Warte. 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 So. Der muss weg. Der hier kann bleiben. Ja. Der kann bleiben. Der kann bleiben. Der hier muss. Da muss noch ein Geländer hin. So. Okay. Der hier kann bleiben. Die beiden hier können bleiben. Und. Die hier können auch. So. Oh. 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 So. Da ist es schon wieder alles. Scheiße. Ich brauche jetzt. Ach. Hier habe ich ja welche. Halfslaps brauche ich. Diese Halbstufen. Ich dachte gar nicht mehr. Dass ich welche habe. Ich habe tatsächlich noch welche. So. Die wollte ich jetzt anbringen. Und zwar. Halt. Warte. 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 Hier wollte ich die anbringen. Genau. Und dann. Ne. Warte. Warte. Passt das so? Das ist ja falsch. Das ist falsch. Die müssen nur einen weiter rein. Moment. Moment. So. Die müssen hier hin. So. Und weil das nicht passt. Müssen da drunter noch welche. Aber da habe ich gerade keine. Leider. So. Okay. Dann mache ich hier mal so. Und so. Und dann hat man hier den Aufstieg. Und dann. Muss ich hier mal gucken. Dass ich mit Sand auffülle. Natürlich. Und nicht mit Erde. So. Moment. So. Und dann. Mach ich das hier mal. Ja. Hier geht es ja gar nicht. Die lädt hier hinten gar nicht. Die Welt. Ah. Jetzt. So. Wo bin ich jetzt überhaupt? 1000 irgendwas. Also. Ich müsste eigentlich bald zu Hause sein. Weit ist ja nicht mehr. Ich gucke mal. Ob ich noch nach Hause komme heute. So. Weit ist ja eigentlich wirklich nicht mehr. Ich könnte ja mal das Schwein eigentlich nehmen. und dann mal reisen. Warte. 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 Was zeigt der Kompass? Der zeigt noch da. Ich frage mich wo ich ankomme. Wenn ich hier einfach weiter reise. Ich nehme mal das. Ein großes Schwein. So. Ich muss bloß aufpassen. dass ich auf dem Weg nicht irgendwo in irgendwelche Schluchten oder so reinfalle. Weil das Schwein ist ja so schnell. Da musst du aufpassen. So. Die Welt kann immerhin noch nachladen in der Zeit. So. Das ist ja schon mal was. Das Schwein kann auch nicht anhalten. Wow. Was ist das denn? Hätte das ja kranke Scheiße hier. Oh. Ach cool. Hier kannst du durch. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Da sind wir jetzt mal langsamer. So. Hatt. Ach. Und ich glaube wir kommen durch ein Schneebium. Oder? X. Warte mal. X ist hier. Ja. Also wir werden durch ein Schneebium kommen. Das ist glaube ich. Ist das die Wüste? Wir sind ja auch schon fast zu Hause. Siehst du? So. Okay. Ich laufe mal wieder zurück. Also jetzt eigentlich nur durch die Wüste. Halt. Dann kommen wir ja durch den Berg. Ich glaube den muss ich wirklich umgehen. So. Autsch. Das hat weh getan. So. Da sind auch noch Kakteen. Das ist auch nicht gut. Für die Gesundheit. So. X. Warte mal. Ich muss in diese Richtung hier. Halt. So. Okay. Und jetzt einfach hier lang. Hops. Was ist da? Nee. Nur eine komische Formation. Kein Tempel oder so. So. Jetzt einmal nochmal zurück. Wow. Alter. Und da werde ich einige Schaufeln brauchen. Um mich hier durchzuschaufeln. So. Und Sand werde ich auch brauchen. Aber naja. Da habe ich ja ein bisschen was. So. Okay. Also werde ich ein bisschen was haben irgendwann. So. Jetzt muss ich erstmal hier absteigen. Und gehe ich wieder rein. Und dann F3. So. Und dann hier mal mich runter buddeln. Ich mache das einfach mal so. Ich baue mich jetzt einfach mal hier rein. Einfach so. So. Und das Stückchen mache ich dann später. So. Und dann hier. Halt. Hier rein. So. Moment. Okay. Halt. Ich muss mal gerade gucken. Wie tief ich das hier bauen muss. Ah. Ich muss mal. Hier muss ich noch ein Stück tiefer. Okay. Gut. Okay. 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 Hier muss ich doch noch ein Stück tiefer gleich. Also hier. Jetzt. So. Und dann muss ich hier ein bisschen buddeln. Um dann später in den Gravet rein zu verlegen. Und generell um überhaupt eine Markierung zu haben für den Weg. Das ist ja auch immer ganz praktisch. Wenn man da überhaupt eine Markierung hat. So. Das stimmt jetzt hier alles. Hier muss ich auch nochmal gucken. So. Oh. Jetzt ist die Schaufel kaputt. Wir haben ja noch genug. Zum Glück. So. Mal sehen ob ich es noch heute schaffe. Da bis nach Hause. Ich muss mal gucken. F3. Hier sind wir 45. Hier sind wir 4. Ah. Passt. Genau. Okay. So. Also ob wir es heute noch nach Hause schaffen. Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste. Würde ich sagen. Ja. Wir schaffen es heute noch nach Hause. Oder nicht. So. Frage ist wie oft mein Kampf nur noch abstürzt. Aber im Moment sieht es gut aus. So. Na gut. Dann. Halt. Warte mal. So. Mach ich hier gleich. So. So. Naja. Gut. Auf der anderen Seite müssen wir eh wieder hoch. Das heißt hier buddel ich mich mal. Oder? Ne. Ne. Hier buddel ich mich mal nicht runter. Sondern mach mal wieder so. Dann brauche ich nicht so viel Schaufel vergeuden. Hier. Und außerdem brauche ich nicht so oft hoch und runter wieder. So. Ups. Nanu. So. Okay. Jetzt ist es natürlich sehr spannend hier wieder. Mir hier zuzugucken wie ich einfach. Naja. So. Gut. Ähm. Dann hier noch. So. Und äh. Ja. Also der Weg ist noch nicht. Nicht mal ansatzweise fertig. Leider. Das ist ein bisschen doof. Aber was willst du machen? So. Ach ja. Als wir angefangen haben. Das waren noch Zeiten. Aber jetzt. Jetzt haben wir ja hier schon einen riesen Weg. Schon fast fertig gebaut. Na sowas. Hier fehlt noch. Sand. Aber wir kriegen ja jetzt wieder welchen. So. Das ist doch schon mal was. Jetzt können wir hier wieder weiter bauen. So. 13 Sand bringt natürlich sehr viel Glück bestimmt. So. Hier hat. Das hier nochmal zu. Und. So. So. Na jetzt hab ich das genau gleich gebaut. Egal. Na reicht schon wieder nicht. Um das hier schöner zu bauen. So. Oh. So. Okay. So. Jetzt mach ich hier nochmal schöner. Diesen Abschluss hier. Also dieses Dings hier. So. Ja. Das geht glaube ich. Ja. Hier sieht es ein bisschen. Jetzt sieht es hier ein bisschen unnatürlich aus. So. So vielleicht. Okay. So kannst du es glaube ich lassen. Und hier. Kannst du es auch mal so. Ne. Hier mach ich mal so. Mach ich mal so. Und hier mach ich. Reicht schon wieder nicht. Verdammt. Okay. Halt. Nein. Falsch. Oh. Ne. Hier brauch ich gar nicht runter. Äh. Nicht hoch. So. Okay. Sand. Hier mach ich mal zu. Das war falsch. Und hier mach ich auch mal zu. Und. Ja. Haben wir hier schöne Minecraft Musik wieder. Ist das nicht toll? So. Hier muss ich eigentlich. Eigentlich muss ich hier sogar gar nicht überhaupt. Überhaupt gar nicht hoch. Oder? Muss ich hier hoch? Weil hier müsste ich ja wieder runter. Das ist blöd. Warte mal. Dann baue ich hier nochmal ab. Einen. So. Nochmal einen abbauen hier. So. Und dann ähm. Sind wir auch schon wirklich fast zu Hause. Wie weit bin ich denn jetzt schon? 1029. Und ich glaube das ist so circa auf Höhe 0. Jetzt. Also Höhe nicht. Aber. Äh. Also auf Z gleich 0 glaube ich ne. Z war das. Ja. Ja. So circa auf dieser. In dem Bereich müsste unser Zuhause sein. So. Hier passt schon. So. Ja. Okay. Gut. Dann hier einmal durch und durch und wir sind durch und durch durch den Sand. So. Wie gesagt alles sehr interessant. Hahaha. Sehr lustiger Wortwitz wieder von mir. Ist ja unfassbar so. Okay. Ach ja. Wüste. Ist das nicht schön. Hier könnte man sich auch was tolles bauen. Äh. Higgs oder in irgendeiner anderen Wüste die wir durchqueren. Äh. Ach verdammt. Blöder Schluck auf. So. Gut. Aber erstmal müssen wir hier den Weg bauen. Yeah. Ach wie toll. Und dafür brauchen wir Gravel. Aber naja. Den haben wir ja nicht. Deswegen erstmal nur so. Ohne Gravel. Ne. So. Wenigstens dass wir die ein bisschen sicher haben. Dass man nirgendwo runterfallen kann und so. Gut. Das ist natürlich bei den Brücken jetzt vor allem noch nicht gegeben. Die Sicherheit. Aber immerhin. Teilweise. So. Hier schütte ich mal auch wieder auf. Glaube ich. Ups. Das ist falsch. Ja. Hier schütte ich mal wieder auf. So. Ups. Ups. Nanu. Ups. 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 Erstmal hier hin. So. Jetzt ist das natürlich ein bisschen Verschwendung hier. Andererseits. Naja. Komm. Ist ja auch egal. Sand brauchen wir jetzt auch gerade nicht so viel. Glaube ich. So kann ich ja mal hier. Ups. Nanu. So. Moment. Na. Da sollte er eigentlich nicht hin. Ist jetzt auch egal. Ne. Den mach ich nochmal weg. So. Hat. Sand. Okay. Und jetzt. Ups. Ups. Und. Ups. Und hab ich noch mehr. Ja. Ich hab noch viel mehr Sand. Na siehste. So. Sag ich ja. Sand hab ich genug. So. Okay. Ist echt interessant hier alles. Hahaha. Hahaha. Schlechter Wortwitz. So. Okay. Hatsch. Und noch mehr Sand. Ach toll. Wenn ich das mit den Wegen vergleiche. Die ich da vorne gebaut hab. Bei mir. Wo ich wirklich die Höhe überhaupt nicht ändern wollte. Was da für seltsame Sachen rausgekommen sind. Diese ganzen Stege. Diese ganzen Stege durch die Luft einfach nur. Also. Die halt zu Hause sind. Wenn wir da wieder ankommen. Kann ich euch das ja mal zeigen. Falls es irgendwann mal soweit ist. Falls wir irgendwann mal ankommen. Aber wir sind ja schon fast da. So. Wir sind ja schon fast da. Das ist doch schon was. So. Jetzt erstmal wieder hoch hier. So. Moment. So. Hopps. Ich muss bloß aufpassen. Dass ich da nicht. Oh. Gravel. 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 Yeah. Ein bisschen Gravel. Ist immer nicht schlecht. Das Problem ist jetzt fällt der Sandfluss immer hinter. Ja. Okay. Ich baue das mal nicht ab. Weil der Sand fällt immer wieder runter. Dann. Das ist blöd. So. Hier. Hier kann ich. Hier kann ich auch. So. Hier. Na ja. Gut. So. Muss ich wieder korrigieren. Weil der Sand alles runterfällt. Ach man. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. So scheiß. Nein. Schaufel ist kaputt. Aber ich habe noch mehr. So. Ich habe noch so viel Schaufeln. Okay. Warte mal. Hier muss ich erstmal. Wie mache ich das mal so. So. Keine Ahnung. So. So. Warte. 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 Genau. So. Und hier nochmal auffüllen. Und so. Und dann hier so. Genau. Diese Riesendünen immer. So. Die ist. Ah. Okay. Ich muss aber auch so hoch. Weil hier geht es auch so hoch. Okay. Das gesehen wo wir rauskommen. Na gut. Muss ich mal gucken. So. Na gut. Dann schauen wir mal. Halt. So. Hier. Muss ich mal. Na weg krabben. So viel. Ach man. So. Das kann sich nur noch um Jahre handeln. Bis wir endlich zu Hause sind. Ach man. Also so viel jetzt eigentlich auch nicht. Wir haben ja schon. Ja. Eigentlich schon den. 80% oder so des Weges haben wir ja schon fast fertig. Ja. Über 80% sogar. Na siehste. So. Da ist doch schon. Dein Großteil ist doch schon fertig. So. Na gut. Hier muss ich mal nochmal Sand aufschütten. Immer diese Mini-Teiche hier im Dings. Ich verstehe das gar nicht. Wie können denn hier. Wie können denn in der Wüste einfach so Wasserdinger sein. Ist das nicht eigentlich unrealistisch. Oder müsste da nicht zumindest eine Oase oder sowas in der Nähe sein. Wenn hier schon Wasser ist. Und so. Vor allem die Wüstendörfer sind ja auch nicht am Wasser gebaut. Seltsamerweise. Das ist ja auch irgendwie unlogisch. Also diese NPC-Dörfer in der Wüste. Ne. Oh hier ist gerade irgendwas runtergefallen. Glaube ich. So. Okay. Hier kommen wir jetzt gleich in den Wald. Und ich muss jetzt hier nochmal runter. So wie es aussieht. Ja. Okay. Dann gehe ich hier mal runter. So. Okay. Und hier auch nochmal. So. Hier. Halt. So runter. Und. Hier auch nochmal einen tiefer. So. Okay. Und dann. Hier nochmal einen tiefer. Wie tief ich hier muss. Das ist ja unfassbar. So. Und hier geht es auch nochmal einen tiefer. Na gut. Na gut. Na gut. Also noch einen tiefer. So. Ach schön. Immer dieses Auf und Ab im Leben. Das ist ja echt schlimm. Habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Das Auf und Ab. Ne. Diesen Witz. Naja. Naja. So. Ähm. Ja. Ich weiß auch gar nicht. Worüber ich sonst noch reden soll. Äh. Ich meine. So viel. Gibt es denn noch weltbewegende Themen? Die EU. Was soll ich denn dazu noch sagen? Hatte ich auch schon was gesagt? Ähm. Die Vorschriften waren. Die hatten ja schon mal. Die hatten ja schon mal die Gurken in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt. So. Wirklich binden die Normen übrigens. Also richtig so. Von wegen. Ähm. Ja. Ich glaube hier buddel ich mich mal zur Seite. Oder? Warte mal. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken wo dieser Dings hier ist. Dieser Wüstenberg. Da hinten ist er. Dass ich mich da mal dran vorbeibuddel. Das wäre ganz toll. so, ähm auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? ähm, wo war ich stehen geblieben? wo war ich stehen geblieben? Achso ja, die Länge von Gurken und so und die Dicke und vor allem die Krümmung der Gurken haben sie festgelegt was eigentlich gar nicht so schlecht war eigentlich weil, ähm, dann konnte man die wirklich die Maschinen darauf anpassen und so eine Sachen und die konnten passten dann auch immer in die Gläser rein und Hilfe, was ist denn hier los? ähm, und so eine Sachen halt und, äh, jetzt ist das leider nicht mehr so so, hier fällt wieder alles runter, weil hier wieder so ein Loch ist mittendrin einfach das ist ja toll, so, dann mach ich hier mal so, weißt du, so so, so so, 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 mach ich mal irgendwie, oh, scheiße, so und füll dann mal, nochmal Sand auf, so, ich hoffe, hier fällt nichts mehr, nee, sieht nicht so aus, gut okay hier komm ich dran vorbei am Berg, ne? Ja ja, okay, gut, dann muss ich hier nochmal Sand auffüllen, halt, weil das ja wieder alles eingekracht okay, so, 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 so so, 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 let's go